Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem zweiten Zwischenteil bei den Montagsrittern Theaterrittern. Es gibt ein Update nochmal und zwar nach einer kürzeren oder längeren Pause, wie man es nimmt, werden nun die Theaterritter fortgesetzt und zwar werden wir jetzt wieder regelmäßig montags ab 20 Uhr live bei Twitch spielen und entsprechend Zeit nachher gibt es dann auch die Videos hier. Zum Hintergrund, der eine oder andere wird es ja auch mitbekommen haben, wir mussten, wir hatten schon länger Schwierigkeiten mit Terminfindung etc. und dann haben wir hier und da wieder pausiert und die ganze Kampagne angefangen vor zweieinhalb Jahren mit noch etwas anderen Abenteuern, aber zumindest mit der Gruppe, hat sich jetzt wie gesagt zweieinhalb Jahre hingezogen und wir mussten dann, es hat sich bei dem einen oder anderen ein bisschen was verändert und leider musste Thorsten, unser Meister, erstmal den aktiven Teil als Meister aus persönlichen Gründen niederlegen und ja, haben wir erstmal überlegt, was wie wir machen, wie es weitergeht oder ob wir jetzt hier mittendrin abbrechen. Wie es so ist, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich auch ein Fenster oder so, hat sich jemand gemeldet, der uns angeboten hat, als Meister einzuspringen und mitten im Abenteuer zu übernehmen und das blaue Buch für uns als Meister mit unserer Gruppe eben zu Ende zu spielen. Und ja, ich freue mich oder wir freuen uns, dass das geklappt hat und weil es ja doch recht ungewöhnlich, also wenn eine Gruppe mal einen Spieler oder ähnliches wechselt, kommt das ja öfters vor, dann lernt man den Spieler ja meistens im Spiel kennen. Jetzt ist es so, dass tatsächlich der Meister gewechselt hat, die Gruppe bleibt und ja, damit ihr überhaupt wisst, wer da auf euch auch zukommt, wir wissen es ja schon, und dann habe ich mich mit unserem neuen Meister kurz zusammengesetzt und mit ihm ein bisschen gequatscht und das Video wollte ich euch nicht vorenthalten, von daher freut euch mit mir zusammen auf Marcel. Hallo Marcel und herzlich willkommen hier bei uns bei den Theaterrittern. Ja, fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall. Es ist ja nicht ganz so einfach, mitten im Abenteuer, mitten in einer Kampagne als Meister dann so eine Gruppe zu übernehmen oder einzuspringen. Aber du hast es angeboten und ja, da haben wir dann uns direkt kennengelernt und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass es geklappt hat. Hey, super. Hat sich dann super schnell auch ergeben, dass das gepasst hat und ich hatte das Glück, sage ich mal, dass ich das Abenteuer schon kannte, dass ich es mal mit einer anderen Gruppe geleitet hatte. Und klar, jede Gruppe hat einen eigenen Hintergrund dann auch im Abenteuer, ist anders mit den NSCs umgegangen oder mit den Erlebnissen. Ich glaube, da haben wir da auch viel noch miteinander geredet. Fand ich aber dann auch eine super interessante Herausforderung, jetzt das nochmal aus einem anderen Winkel anzugehen und da reinzugehen. Ne, ist toll. Ja, also unser Glück auf jeden Fall. Wenn du magst, kannst du gerne ein bisschen was über dich erzählen. Marcel ist auf jeden Fall schon mal dein Name. Das ist mein Name. So viel kann man schon mal verraten, das ist nicht geil mehr. Ja, ansonsten über mich, ich spiele jetzt schon ziemlich lange Pen & Paper, jetzt nicht immer durchgehend zum Beispiel. Ich habe auch mal wieder ein paar Jahre hin und wieder pausiert, aber schon seit im Grunde um die 20 Jahre mehr oder weniger spiele ich schon Pen & Paper Systeme. Aber auch nicht unbedingt immer nur die gleichen, sondern mal ist es das ein paar Jahre, mal das. Jetzt Zeit, also zwei, drei Jahre, da habe ich wieder schwerpunktmäßig DSA. Das heißt, schon lange Zeit bei Pen & Paper dabei. Wie lange spielst du DSA schon? Auch schon damals mit angefangen oder hat sich das erst in den letzten Jahren entgegen? Nee, das war ganz lustig. Ich habe praktisch DSA, ja, so, ja, wo ich so um die 16 war, glaube ich, 15, 16 gespielt. Da war, glaube ich, noch die zweite Edition damals. Und, ja, müsste die zweite gewesen sein, ich dir erinnere. Und dann habe ich echt eine Weile mit DSA pausiert, bis dann, ja, bis ich mit einem früheren Schulfreund dann wieder praktisch auf den Zug gekommen bin, hey, wir könnten mal wieder DSA anfangen. Und dann haben wir uns dann die fünfte Edition damals geschnappt und haben tatsächlich wieder angefangen und haben wieder jetzt, ja, seit ein paar Jahren Schule gespielt am Stück. Also, so kamen wir zurück zum Anfang praktisch. Ja, da ist es ja tatsächlich so ergangen wie mir. Ich habe auch ganz früh DSA, keine Ahnung, welche Version gespielt und dann tatsächlich zurückgekehrt zu DSA 5. Aber ich höre schon draus, du spielst auch andere Systeme oder hast andere Systeme gespielt. Hast du da so Systeme, die du gerne gespielt hast? Ja, also es haben sich dann so mit der Zeit, man probiert ja ein paar aus, ob es einem liegt, ob es einem nicht liegt. Ob man auch die Leute dazu findet, ist auch immer die Frage. Selbst wenn man ein System interessant findet, man hat keine passenden Leute dafür, ist schwierig. Aber was sich so rauskristallisiert hat im Laufe der Jahre, jetzt außer DSA, war viel Shadowrun von mir gespielt. Schwerpunktmäßig die fünfte Edition damals, die ich eigentlich noch immer ganz gut finde. Und auch Call of Cronut dann ein bisschen später. Und dann auch einiges gespielt. Und was wir auch lange gespielt haben damals, war Dark Heresy sogar eine Zeit lang. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Das ist von Warhammer 40.000 Rollenspiel. Da gibt es eine ganze Reihe davon und das ist eins davon gewesen. Und da fehlt es praktisch so Agent der Regierung und muss praktisch irgendwelche Ketzereien oder Kulte aufdecken und sowas. Also das ist ein bisschen Cthulhu in so einem High-Sight-Fiction-Setting. Ja, das ist auch ganz cool gewesen. Aber jetzt bei DSA bin ich auch schon wieder ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Ja, passt. Also DSA 5 passt auch bei? Passt, passt gut, auf jeden Fall. Gut. Wir sind ja nun auch, wir spielen ja jetzt die Theaterritter in DSA 5 Version und das Ganze in Aventurien natürlich. Deshalb komme ich jetzt mal direkt auf Aventurien zu sprechen. Hast du eine Lieblingsregion in Aventurien? Also das hängt immer ein bisschen mit den Abenteuern zusammen, die es dafür gibt, muss ich ehrlich sagen. Weil wir natürlich das Setting jeweils ja ausschmücken und auch ein bisschen zu dem machen, wie man es enger kennenlernt. Ich finde es, es ist also eine Seite darüber was zu lesen, auch in der Regionalspielhilfe oder sowas, was auch unglaublich interessant ist. Aber es ist nochmal anders, wenn man spielt. Also wenn man so ein Abenteuer oder eine längere Kampagne mal gespielt hat in einer bestimmten Gegend, das prägt einen irgendwie. Also ich konnte zum Beispiel in Bornland jetzt früher nicht so viel anfangen, bevor ich mal die Theaterritter gespielt hatte. Da hast du wirklich einen ganz anderen Bezug dazu und jetzt finde ich es eine höchst interessante Region. Ich finde aber auch persönlich ganz, ganz toll. Aranien hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Das ist so ein ganz besonderer Flair, einfach weil es so viele verschiedene Kulturen mit er mischt. Aber auch Torval und was ich auch gut fand, gab es noch Torval und ja, ich muss sagen, Horas Reich ist halt auch immer gut, wenn du sowas wie eine Intrige spielen willst. Also auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde mich sogar auf Aranien fast festlegen, wenn ich mal eine Region aussuchen müsste. Also Aranien, das heißt, Dornenreich wäre wahrscheinlich dann die richtige Spielhilfe dann dazu. Ja genau, genau. Du spielst auch sicherlich und meisterst nicht nur, auch wenn wir dich hier jetzt erstmal als Meister kennenlernen werden. Hast du einen Lieblingscharakter in DSA? Ich muss ehrlich sagen, ich habe meistens gemeistert. Also ich war jemand, bei mir ist wirklich 90% Meistern, 10% Feldspielen und das dann meistens eher einzelne Abenteuer oder One-Shots oder so, wo ich mal spiele. Ja, Kara, den ich mal ganz, ganz gerne gehabt habe, ich habe so ein Faible für ein bisschen ausgefallene Charaktere, die jetzt nicht unbedingt kitschig werden sollen. Das mag ich nicht so gerne, aber die einfach irgendwie ungewöhnliche sind. Ich habe halt so ein, was habe ich gespielt, ich habe älteren Bauern mal gespielt. Also ein richtig kauziger älterer Bauer aus Nostria und wenn er seinen Gnad nicht gekriegt hat, war der grantig und hatte aber ein ganz weiches Herz für Enten zum Beispiel. Ja, also mit Enten konntest du mit ihm immer, aber ansonsten war er ein schwieriger Kerl. Das heißt eher der Alltagscharakter, der dann irgendwie zum Helden wird im Abenteuer. Ja, ich weiß nicht, ob er jemals so ein Held geworden ist. Er hat irgendwie hinter jedem zweiten einen feindlichen Andergaster gesehen, aber am Ende hat er dann einen kennengelernt, den er echt gut leiden konnte und wurde dann zum Druiden ausgebildet. Was von Nostria ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber, ja gut, wie gesagt, das sind halt so Karas. Aber das ist ja das Schöne, in Aventurien kann man sich einfach Alltagshelden rausbecken, die eben was Besonderes aufweisen. Ja, man hört es ja schon, du sagst ja 90% Meistern und 10% gespielt. Meisterst du an sich lieber oder meisterst du einfach so viel, weil Meister so selten sind? Nee, ich meister eigentlich schon gerne. Also ich muss sagen, es macht mir, glaube ich, am meisten Spaß. Kann dir gar nicht so genau sagen, warum das so ist, weiß nicht. Vielleicht liegt es am Gottkomplex, man weiß es nicht genau. Nee, ich glaube, ich mag das einfach, so eine Kampagne auszuplanen oder auch mal so am Brett zu sitzen und mir zu überlegen, was könnte passieren. Was sind die Handlungsstränge, die jetzt möglich sind und auch dann zu sehen, was passiert und wie es dann anders läuft, als man gedacht hat und es anzupassen. Ich finde es einfach irgendwie, finde ich faszinierend und toll, ja. Also macht mir unheimlich Spaß. Du bist also ein Geschichtenplotter, jemand, der gerne im Hintergrund ein bisschen plant und dann natürlich gerne auch sieht, was passiert. Denn ich sage immer, man kann als Meister 10 Möglichkeiten durchplanen und die Spieler entscheiden sich dann für die Elfte. Das ist richtig, das ist richtig. Aber du musst natürlich trotzdem vorplanen, weil ohne Planung reingehe übrigens auch nichts. Ja, aber es ist schön, wenn man schon mal 10 Möglichkeiten hat, die man ausschließen kann. Auf jeden Fall. Nee, aber finde ich gerade interessant und ich finde es auch wichtig, dass man, oder finde ich gerade das Besondere an auch dieser Art von Spielen natürlich, dass man da die Möglichkeit hat, das völlig selber zu gestalten, auch wenn es das Abenteuer nicht unbedingt so vorgesehen hat. Also das unterscheidet es ja von einem eher linearen Videospiel oder so, wo du halt doch gebunden bist in deinen Aktionsmöglichkeiten, selbst wenn sie relativ weit sein können. Aber das hat natürlich bei einem Paper schon als großen Pluspunkt. Ja, weil es Menschen sind, die einfach reagieren. Es muss nicht vorprogrammiert sein. Man kann spontan reagieren. Das heißt, mit viel Erfahrung als Meister bist du dann auch durchaus zu spontanen Reaktionen mit Aktion und Reaktion offen für als Meister. Bin ich offen für. Ich weiß nicht, ob ich es immer so perfekt hinkriege, wie man sich das natürlich wünscht. Das ist manchmal schwierig. Ich glaube, dass es je schwieriger auch, je komplexer natürlich das Szenario ist. Wenn du jetzt irgendeine größere Kampagne im Hinterkopf hast, ist es anders als ein One-Shot. Einen One-Shot kannst du eher mal alles umbiegen zwischendrin als in der Kampagne, wo du sagst, ich sollte eigentlich mit irgendwas weitergehen, was ich jetzt nicht kaputt machen darf. Oder jemand, der nicht sterben darf. Oder ein NSC, den ich jetzt nicht vollkommen vergraulen darf. Oder da gibt es halt so Anknüpfungen, die sind schwer zu setzen oder schwerer als andere. Und ja, da ist es schon eine Herausforderung manchmal. Aber ich finde gerade, die großen Kampagnen machen am meisten Spaß. Ja, da muss man dann doch vielleicht die Gruppe ein bisschen schubsen. Das ist mir am Anfang, als ich mal eine Kampagne gemeistert habe, nicht ganz so gut gelungen. Denn die Gruppe machte plötzlich, was sie wollte. Und die waren ganz woanders, als ich sie haben wollte. Ja, naja, so wurden dann einige Zwischenabenteuer, bis ich sie wieder auf den Weg gelegt hatte. Daraus passiert. Was ist für dich insgesamt in einer guten Session, also was ist dir wichtig, wo du sagst, das war eine gute Session am Ende? Also sowohl als Spieler als auch aus Meistersicht, das ist jetzt nicht wirklich relevant, sondern allgemein einfach. Finde ich, gibt es verschiedene Aspekte. Also ich finde, einerseits finde ich es wichtig natürlich, dass jeder Spaß hat an dem Abend, dass auch jeder einbezogen wird. Manche Spiele sind halt von Natur aus so, dass sie immer sehr nach vorne preschen. Macht es den meisten auch ein Stück weit einfach natürlich. Gibt es auch Spiele, die sind halt eher, sag ich mal, reaktiver oder halt mehr introvertiert. Da musst du halt mal auch ein bisschen vielleicht die Chancen bieten, dass jemand da auch was hat, was ihn jetzt besonderer interessiert oder wo er auch mal dann halt mehr reingeht. Und ich finde es aber auf der anderen Seite auch wichtig, jetzt rein aus dramaturgischer Sicht vom Meister her, ein Stück weit in der Handlung voranzukommen. Ich finde es schwierig, wenn man zu lange stagniert, weil man dann irgendwann nicht mehr genau weiß, warum sind wir eigentlich hier. Und auch jetzt besondere Momente zu schaffen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht immer einfach. Also du musst die Spieler irgendwo auch überraschen. Du musst die Spieler herausfordern und die Spieler auch was bieten, was sie so noch nicht kennen auf eine Art. Um auch ein bisschen zu verhindern, dass zu viel Routine sich einschleicht. Das finde ich, fand ich immer ganz wichtig. Manchmal überraschen, manchmal ein bisschen pushen. Da muss mal was passieren, wo man als Spieler auch sagt, oh, das ist das Überraschspiel. Das kenne ich jetzt noch nicht so oder was mache ich jetzt? Damit kriegt man auf jeden Fall immer wieder die Aufmerksamkeit des Spielers zurück. Aber ja, du hast recht, wenn die Spieler sich fragen, wenn man so ein bisschen stagniert, was mache ich eigentlich? Was macht überhaupt mein Charakter eigentlich hier? Ich gehe nach Hause. Ja, dann ist es der Moment, wo auf jeden Fall irgendwas passieren sollte. Denn dann ist der Charakter ja nicht mehr involviert und dann stellt sich auch ganz schnell Langeweile beim Spieler, nicht nur beim Charakter, sondern beim Spieler ein. Ja, da erwähnst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Ich will jetzt auch gar nicht so viel dich ausfragen oder so viel quatschen. Was mich noch interessiert, hast du schon online oder nur offline gespielt, Tischrunden oder einfach alles bunt gemischt bis jetzt? Also wir haben früher natürlich, wo wir auch ein Spiel gespielt haben, haben wir eher am Tisch gespielt, einfach weil es die technische Möglichkeit noch gar nicht so gab wie jetzt heute. Ich habe jetzt noch nie im Stream oder so gespielt bislang. Das ist jetzt auch Neuland für mich, da auch ein bisschen Geduld haben, wenn ich so neu bin. Oder wenn die Technik jetzt nicht immer ganz perfekt auf meiner Seite ist, es einfach noch kommt jetzt erst. Aber was wir schon eine ganze Weile machen eigentlich jetzt seit ein paar Jahren, ist, dass wir über online spielen, also dass wir wirklich mit Kamera und Ton. Und wir haben jetzt auch bei Foundry dann schon eine ganze Weile gespielt, dass wir dann virtuell einen Spieltisch haben, wo wir virtuell würfeln können. Einfach aus dem Grund, weil oft ist es so, entweder die Leute mit der Zeit, geh beruflich mal woanders hin und du willst deine Spielgruppe jetzt nicht auseinanderreißen natürlich. Dann haben wir halt auch schon gesagt, ja okay, da spielen wir online, weil da kann jeder teilnehmen, egal wo er ist. Hat auch immer eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und was natürlich auch ein anderer Punkt ist, ist auch ein Stück weit bequemlich, bleibe ich auch ehrlich, es ist einfacher, wenn du halt von der Arbeit kommst und dann am Abend dann endlich ein bisschen Ruhe einkehrt im Haus, dass du dann einfach nur einen Rechner anmachen musst und du kannst anfangen zu spielen. Wenn du auch fertig bist, machst du ihn aus und bist fertig. Du musst auch nicht noch eine Stunde nach Hause fahren oder so. Ja, also online hat definitiv seine Vorteile. Also ich finde Tischrunden super toll und wenn man sich irgendwo mal trifft oder mal ein Wochenende zusammen verbringt und da ein bisschen Pen & Paper spielt, finde ich das super klasse. Aber regelmäßig vor Ort zu spielen ist mit Familie, Beruf und Strecken etc., wie du sagst, einfach fast unmöglich. Und daher sehe ich in online einfach das Potenzial, überhaupt spielen zu können. Und das hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Foundry hast du erwähnt. Ja. Ja, an die Zuschauer, wir werden auf Foundry umsteigen jetzt bei den Theaterrittern. Wir hatten vorher so ein bisschen Roll20 genutzt, jetzt werden wir versuchen, ein bisschen Foundry mehr einzubinden. Bleibt immer noch sozusagen im Hintergrund als Nebenspieleffekt, um eben so ein bisschen Bilder mappen und würfeln werden wir auch in Foundry. Okay, genau, ja, vom Stream brauchst du, glaube ich, keine Angst zu haben. Also das Video ist jetzt exklusiv hier für YouTube, aber wir werden wie gewohnt live spielen, immer montags ab 20 Uhr bis circa 23 Uhr. Natürlich kann auch mal ein Montag ausfallen, aber geplant ist jetzt erstmal wieder wöchentlich, das blaue Buch sozusagen fortzusetzen und zum Ende zu bringen. Das heißt, ja, habt ihr schon mitgekriegt, es geht weiter. Also es stoppt hier nicht, es hört nicht auf. Wir werden auch nicht irgendwas jetzt anders umstricken müssen, sondern Marcel ist da, übernimmt die Gruppe und führt sie dem Tod entgegen oder so. Das war Bedingung. Ja, wir haben den Handeln mit dem Teufel abgeschlossen. Unsere Seelen verkauft, nein. Jetzt hast du mich ja gleich toll positioniert hier. Nein. Als Antagonist. Nein, natürlich nicht. Ah, also wenn du dich als der Fan des 13. outest, wir haben hier so ein paar Leute in der Community. Echt? Also du hast ja auch gesagt, man kann dann auch irgendwie mit Coins dem Spielleiter Schicksalspunkte zukommen lassen. Da hoffe ich ja auch noch drauf. Die kann man sehr kreativ einsetzen, da bin ich mir sicher. Ja, bei YouTube, ihr Zuschauer, falls ihr das noch gar nicht mitgekriegt habt. Also wenn ihr mal live reinschauen wollt, dann schaltet doch montags einfach live rein bei Twitch. Twitch.tv Dulicles ist aber auch verlinkt. Und da könnt ihr dann, wenn ihr da zuschaut, Punkte sammeln. Und mit diesen Punkten könnt ihr Schicksalspunkte spenden. Entweder an den Meister oder an die Gruppe. So könnt ihr so ein bisschen das Schicksal beeinflussen und natürlich entsprechend auch mal den Meister ein paar Vorteile bieten. Ja, im Prinzip, ich freue mich auf dich. Wir können eigentlich auch schon verraten, wir haben ja schon eine Geheimrunde gespielt. Ja, das ist wie wenn man einen neuen Job anfängt. Da gibt es erst mal Probearbeiten. Genau, so ungefähr war das. Wir haben einfach offline eine Proberunde für uns gespielt, um technische Schwierigkeiten etc. auszumerzen. Um uns einfach warm zu spielen, sage ich mal, und zu gucken, ob es passt. Es hat sofort gepasst, von daher werdet auch ihr das Video zu sehen bekommen. Das ist gerade in der Bearbeitung und kommt noch hoffentlich vor dem nächsten Live-Spiel jetzt bei YouTube raus. Von daher achtet ein bisschen auf das Video. Ja, in ein paar Tagen ist es soweit. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das erste Mal live. Zum Abschluss, nenn mir doch mal einfach ganz schnell deine drei Lieblingsabenteuer in DSA. Jenseits des Lichts auf Maraskan, Friedlos in Torval und in Aran in Schleiertanz aus der Spilterdemont. Ja, die drei. Sehr gut, keines der Abendruder sagt mir etwas, aber ich hoffe, euch da draußen sagen sie etwas. Von daher, ja, wir freuen uns auf dich. Ja, super, ich freue mich auch ganz hart. Vielen Dank auch für den offenen Empfang und ich hoffe, dass wir das jetzt möglichst nahtlos auch schaffen, den Übergang. Und auch Hats an die Zuschauer. Ja, seid ein bisschen geduldig. Es könnte manchmal noch ein bisschen was vorkommen, wenn ihr treue Zuschauer seid, wo mit der Vergangenheit vielleicht ein bisschen Redconnt, weil wir es einfach nicht mehr besser wussten. Aber wir probieren unser Bestes. Ja, also verzeiht uns, falls hier oder da der andere Redcon oder ein etwas plötzlich anderer Strang kommt. Und tatsächlich haben wir zwar Notizenähnliches geführt, aber wir haben die Kampagne vor zweieinhalb Jahren angefangen und das eine oder andere mag dann schon mal entfallen sein. Die Charakter wüssten es wahrscheinlich, weil sie es live erlebt haben, aber wir als Spieler sind dann doch etwas vergesslicherweise was. Aber ich glaube, wir haben ganz, ganz tolle Zuschauer und ja, da wird, glaube ich, keiner meckern. Ihr Lieben, das war's von mir. Ja, Marcel, danke dir, dass du auch für ein Interview bereitstandest, so kurzfristig. Ja, klar, sehr gerne. Und wir sehen uns am Montag, 20 Uhr bei Twitch und zeitnah gibt es dann auch hier bei YouTube das Video. Tschüssi! Tschüssi! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was ihr bei ihr noch nie gehört habt und ihre Augen fast schon glasig werden, sagt es euch. Ihr habt die Traditionen, indem ihr sie vergesst. Das Leben ist der Güte höchstes Nichts. Nicht die Väter, sondern die Mütter werden siegen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018